Ho 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 Wir sind da fast angekommen am Weihnachtstag Heute ist der 20. Nur noch 5 mal schlafen und dann geht's los 4 mal schlafen, ich komme immer durcheinander Naja, sagen wir es mal so, ein paar mal schlafen und dann geht's los Und was haben wir denn heute für Sie vorbereitet? Französische Liebe, mon amour Toujours, ich kann kein Französisch Bitte sagen Sie mir in den Kommentaren bitte auch Französisch Wie ich sage, dass mir das sehr schön gefällt Und dass Frankreich das Land der Liebe ist Das würde mich sehr freuen Wir sind in Frankreich unterwegs Wir sind mit einem wunderschönen britischen Kfz unterwegs Wir sind auf der langen Graden Haben es geschafft zu überleben Wir sind nochmal wach geworden Und wir gehen in die letzten Kurve rein Bei wunderschöner Sonne, klarem Himmel und guten Temperaturen Hat sich im letzten Bereich von Polrica Folgendes abgespielt Ich sag mal so Ich glaub, da wurde der Tauchschein gemacht Das sah zumindest so aus Da ist auch gleich der Motor ausgegangen Da wurde definitiv der Tauchschein gemacht an der Stelle Und das Schlimme ist an der Sache Das ist noch ein Runde 1 Aber das sind hier die bronzenden Plaketten Meine Damen und Herren Ich glaube, da muss man nochmal so ein bisschen Rücksicht nehmen Und sagen, das kann schon durchaus mal passieren Dass man sich da mal verbremst Weil man auch nicht einschätzen kann Wie das mit den Geschwindigkeiten ist Mit dem Vordermann Und trotzdem Hier ist das Coursinger Collision Runde 1 1.0 Safety Rating abgezogen Und der Tauchschein Der wird auch entzogen Es wird nicht mehr getaugt Und damit Möchte ich hier an der Stelle das Türchen für heute schließen Und sie entlassen Und wir sehen uns morgen wieder Zum 21. Türchen Au revoir